ARD Text im Auftrag von Funk Bei Jot? Kannst du gar nicht. Deswegen aber mehr als Tom kann man... So schlechter als Clown kann ich gar nicht sein. Also mit Snipe kann man auf jeden Fall mal Jot richtig verdecken, nicht Karl. Wäre schon besser als ich. Echt? Warum hab ich alle mit der Nano gehört? Ja und Karl ist richtig geil. Einer schon über Jot? Woll mal die boi irgendwo? Wollt. Hab Hit? Ich wollte zuerst mal... Da drinnen im Container. Ich wollte zuerst mal... Da drinnen im Container. Nein. Also der ist mir eingefallen, der ist ja auch... LOLL! Alter ich glaub der hat dann... Jot? Ich hab letztens mit Epic in gespielt und ich hab zwei Runden gespielt und bin dann abgeragefilt. Ja, den kann ich nicht spielen. Das ist ganz Spaß. Ja, den gibt doch kaum. Nö die Stone? Das ist keiner. Das ist keiner. Miesen zwei! Miesen zwei! Drei Leute waren da glaube ich sogar drei. Ist alle technisch hier? Nö ist los? Kommt boah. So hab ich für einmal eingefestet worden. Soll es was ein Schock hat mich werfen? Ryo Taro? Da kommt mir bekannt vor, auf dem Fight Club hat er mal gechützt, glaub ich. Ja, er hackt. Toll! Wer macht denn mehr auf Lebensmitteln so? Ja, du, der hackt wirklich. Den von Beacon kenn ich schon her, da hat er immer gehackt. Als wenn... Na fix, du, oder? Ja, du hast... Ryo Taro ist fett, der war. Ich glaube, ich hab... Was denn schon? Ja. Ja. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Der hackt tot unten, direkt untertreiben, da war's. Ja, da war's. Hey, wir machen den Griff! LALS! Alter, wie der von hinten ging. Er kann nur von hinten unter dieser Briege und Taro. Äh, der passt auf! Ja, der ist oben! Der ist oben! Der würde jetzt wahrscheinlich zu K gehen oder so. Oh, der hackt ganz fett da im Wendymond. Was ist denn der Köpfe? Er hackt! Auf dem Pferd hat er am Stecker hackt! Kriotaro, oben auf dem Punkt ganz oben, der hat noch einen Tag aber der Jude ist noch prozentig Nice und 8-mal ins Gesicht Oh, was cool ist denn du? Die spawnt auch glaub ich, ne? In dem Haus, dann haben wir noch ein Stück weit gerissen Was ist denn krass? Da kommt einer reingehaube Yotaro, Tag! Oh nooil Da unten drinnen bei Yoi Weißt deine Mali eigentlich, dass sie so was wie die auf dein Bett hast? Ich auch nicht Ich bin voll Die wissen zu krass! Ich glaube, du hast noch einen Platz Ja, ne? Ja, klar Du mitles! Das ist ja sofort Das demnach Einer macht Ja! War nicht gefallen Er hat die Dänze So, ne? Scheiße! Das war ein Witzwissen Oh, ne? Oh, ne? Das sind mehrere hier, lauer Kartile Ich bin fast tot Ich hab da mal Ich hab da mal Ich hab da mal Guck einfach nur, dass keine Karten Was ist das? Jetzt will ich den Taro Genau Ciao! Ciao! Der hackt! Der hackt doch! Der hackt doch Der hackt doch